Müller Ecke Deluxe Marc de Champagne Typ Marc de Champagne mild mit Edelsahne Kugeln enthält Alkohol mit feinem Marc de Champagne Joghurt mild mit 13,4% Marc de Champagne Zubereitung und 10,8% Getreide Kugeln mit Edelsahne Vollmilchschokolade mit 80% Edelsahne Vollmilchschokolade und Kakao bestäubt Dette Kakao aus, die Kakao bestäubt Dette Kakao bestäubt Dette Kakao bestäubt Dette Kakao bestäubt Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020